Wie war das? Bist du dann aufstehen und geh hinhocken? Geh aufstehen. Wo soll ich gehen? Unten? Ja. Mit Sound? Soll ich das Ding wechseln? Ah, bei mir schon, ne? Ja, du bist direkt unter mir eigentlich grad. Bist du da außen? Ich bin direkt über dir. Da ist ne... Äh, da wird da außen einer rum? Ja. Ich bin jetzt die ganze Zeit an den Rang gerannt. Hier, hier runter. Ist der nur da? Schauen wir mal. Ähm... Der ist beim Einsatzziel. Bei welchem? Der kommt jetzt raus. Der schmeißt immer die Kanaten nach unten. Und dort. So, ich geh jetzt wieder meine Wege. Bis unten, oder wie? Aua! Was war jetzt das? Das ist ein Käse! Also hinten hab ich schon mal die Granate entfernt. Der hat zu lange gebraucht, das wollte ich werden. IEL... bei mir... Stacy, ich geh mit dir Ich geh nochmal nach dem Garten amyaßen her oben. Was? Wie DASKAN Network? Gartan oben. Also der kommt schon mal hinten... Ich wei sie, da kommt dann hinten... Nein, W alright. Dich oben! Sieh! Fix! Ich mach oben auf, was du stellen solltest. Oh, das ist 2er hoch. Beide schlafen! Beide schlafen! Schnell! Zieh nicht mehr! Zieh nicht mehr! Oben außen ist meine, mach ich weg! Beide mit einer Stickycam ausgeschaltet! Geh hoch! Ah, da ist er! Okay, jetzt müssen wir schon wieder aufwarten. Oben braucht nur eine Sekunde, glaub ich. Wir müssen gleich mit dem Aufzug kommen. Schau mal recht, ja, da ist außen drauf. Wo ist die Richtung? Warum? Weil genau da war in der Richtung. Kannst du mal von der Richtung uns das noch nicht kümmern? Doch, mit dem Aufzug gesehen. Außen drin einer rum. Außen unten. In der Mitte ungefähr. In der Mitte ungefähr. Also unten ist 60% gemacht. Oben ist der 90% Schäffigen zu müssen. Gut, oben ist fertig. Fertig. Schau mal. Noch mal. Die müffigen Türen ab. Scheiße. Du bist so umschuldig. Gibt es die der Scheiße. Äh, wir können nicht die Preise in der Scheiße nicht gleich, oder? Na, wir nehmen das. Mit Öl. Also nicht normal schießen, sondern dann die andere. Oder? Ja. Ich hab mal die Idee. Bist du oben? Ja, ich bin. Ganz oben. Achso, der ist noch nicht offen, weil macht man natürlich schnell wieder auf. Ach, das ist das andere zu. Einer ist jetzt oben rechts drin. Der kommt aber jetzt gleich raus, eventuell. Weil der ist unentschlossen. Und der kann ihn angasen. Der ist angegast, jawoll. Perfekt. Ist es außen wirklich? Den wenigsten kann man leben. Ich bin endlich. Okay, jetzt oben wird gemacht. Den könnte ich schaffen. Der steht auf, kommt hier. Was ist das? Er hat mich geschlagen. Ich muss keinen Teil mehr. Das war ein Unconscious, okay? Ach, da oben ist Spenden. Was ist das? Was ist das? Rechts oben sind beide. Du kannst machen, was du willst. Ich renne ihn mir immer rein. Ich gebe immer noch. Spenden helfen wir auch. Was macht er noch? Gut. Was soll ich tun? Mir ist jetzt nur noch einer. Oh, der ist angegast. Ich bin fertig. Auch gleich. Geh halt zu. Dummer Tab. Tee, tee. Scheiße. Ich komme ja nicht raus. Ich komme ja nicht raus. Ich komme ja nicht raus. Ich bin neuer zu hin. Wo? Ich glaube, sie sind beide hier oben. Super. Ich mache die oben auf. Okay. Ich mache nur hier den paar Lambsnärs hin. Damit die meinen, dass wir auch schön da sind, oder ich noch da bin. So. Vielleicht komme ich raus. Bist du mal auf? Beide oben. Nee. Kommen wahrscheinlich jetzt beide mit dem Hintern auch zugrunda. So. Nee. Gehen außen. Ist egal. Ich denke, dass die draußen sind. Sind die am Meter hoch noch? Nee, aber das ist eine so oben. Ja. Ich kann mich noch hinterher aufzutmachen. Warum muss er jetzt hier? Ja. Unten ist er nichts gemacht, außer außen, oder? Unten ist er außen gemacht, ja. Also. Und der Computer halt. Der erste Computer. Der erste Computer. Der schon mal. Ich bin Detektiv. Okay. Ich bin der rechte Sauna. Okay. Ich bin der rechte Sauna. Und der ist ja oben. Weil ich glaube, das sind eh beide oben. Also ich habe dann eine Sauna rechts unten. Wahrscheinlich bleiben. Ist okay. Ich glaube, das ist auch eigentlich nicht. Wer? Die? Ja. Ja. Eins. Fällig. War gut gemacht. Du. Das war richtig straight forward. Ja. 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 Die sind immer wieder die ganze Zeit fast zu zweit rumgerannt haben. Von mir war es zu geackt. Ich bin so oft gestorben, weil ich immer zu schnell war. Hm. Von mir war es so da, weil ich nicht gestorben bin. Dann habe ich so viel. Wenige Köpfe hat mich auch umschlossen. Mit 6 kills. Ich weiß nicht, wie oft es gestorben ist. Dann habe ich jetzt schon mal eine Ausrüstung geschafft. Ich habe schon mal die Miene. Also man, das Kameranetz ist da scheiße. Na ja, ich habe es jedenfalls. Also wenn ich backtrack mit. Gass. Bleib anzuwarten. Gass. 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 Man muss erwarten, aber wir schauen mal, was noch passt. Spytracker ist natürlich eh nicht schlecht. Nein. Ja. Aber ich kann es auch du mitnehmen. Im Dukasenhaus bin ich nur zwei Türke. Genau. Und was ist schlechtes Sturmgewehr? Scheiße, gell? Ja. Maschinenpistler. Optimös noch. Was habe ich eigentlich? Ich glaube ich nehme jetzt mal Schrot auf der Knäff. Ich glaube der ist nicht schlecht. Ich glaube der ist ganz scheiße. Ganz scheiße die Schrot.